Und Action! In der Bad Zwischenahner Oberschule laufen momentan die Dreharbeiten für einen Kurzspielfilm zum Thema Schulsanitätsdienst. Insgesamt fünf Tage soll der Dreh, der auch in Oldenburg stattfindet, dauern. Der Oldenburger Lokalsender Oldenburg 1 ist für die Produktion verantwortlich. Der Regisseur ist Manfred Scholz. Der Film entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes sowie dem Jugendrotkreuz, dem die jungen Schauspieler angehören. Mit dem Film soll die wichtige Arbeit von Schulsanitätern gezeigt werden. Mit der Premiere des Films ist Anfang des kommenden Jahres zu rechnen.